Hey ho meine Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Informationsflut. Nein, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Erst einmal möchte ich mich bei euch allen wirklich bedanken. Ja, ich möchte mich einfach nochmal bedanken, denn ihr seid spitze. Was die letzte Zeit bei mir auf dem Channel los ist, unglaublich. Was ich an Kommentaren bekomme, an PNs mit positivem Feedback, hilfreichem Feedback. Momentan so rein gar nichts Negatives, was mich zwar sehr freut, aber auch verwundert. Und ja, es macht wirklich momentan einfach nur Spaß, eine riesige Motivation momentan für mich. Und ja, jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen wieder 40 neue oder knapp 40 neue Leute dazugekommen, die sich den täglichen Bullshit von mir antun. Und das finde ich krass. Es ist zwar für manch großen, also jetzt YouTube großen, ja eine YouTube Größe, mag es zwar Pille Palle sein, aber ich bin es bisher in dem Ausmaße einfach noch nicht gewohnt. Ich muss mich wirklich momentan täglich, ja, schon so seit anderthalb Wochen knapp, zwei Wochen, muss ich mich täglich abends hinsetzen und brauche eine halbe Stunde, um Kommentare zu beantworten, PNs zu beantworten. Und ich bedanke mich ja momentan auch noch eigentlich für jeden neuen Abonnenten. Also muss ich noch auf die ganzen Kanäle gehen, mich da bedanken, etc. Und es ist wirklich krass momentan. Macht wirklich super viel Spaß. Ich hoffe, das geht weiter so. Und ja, macht bitte weiter so, ja. Weil das erfreut mich an der ganzen Sache hier. Ansonsten noch eine kurze schlechte Nachricht. Ich muss kurz in mich kehren und versuchen, es zu unterdrücken, dass ich nicht anfange zu weinen. Nein, Quatsch. Heute ist Mittwoch, der 26.10. Ich bin morgen, ist Donnerstag, der 27.10. Bin ich nicht at home. Nein, ich bin at woanders. Und zwar ganze 250 Kilometer woanders. Und da komme ich morgen leider nicht dazu, Videos hochzuladen. So leid es mir tut. Aber ich werde heute natürlich Videos hochladen. Und wenn nicht, schaut ihr so morgen einfach nochmal. Aber ich habe ja mittlerweile, kratzen wir an den 700. Lang dauert es nicht mehr. Da haben wir 700 Videos. Und ich sage wir, weil wir halt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und es sind genug Videos da, die ihr euch antun könnt. Und von daher könnt ihr euch morgen dann einfach mal durch ein paar alte Parts klicken oder sonst irgendwas. Und dann haben wir da die Zeit auch überbrückt. Ist ja nur ein Tag. Freitag bin ich wieder zu Hause. Ich weiß noch nicht wann genau. Wann ich nach Hause komme. Also es kann sein, dass die Parts ein bisschen später kommen, wie gewohnt. Euch ist vielleicht eh schon aufgefallen, dass die Parts momentan etwas später kommen als die letzten zwei Wochen. Liegt da dran, ich habe keinen Urlaub mehr. Und komme halt erst abends um, ja, so gegen halb sechs nach Hause, bis ich dann halt noch ein bisschen was mache. So Körperpflege betreiben und so. Und weil ich bin ja nicht so ein Typ, ich war ja nicht auf der Gamescom. Deswegen bin ich da gepflegt. Im Gegensatz zu manchen anderen, die da so auf der Gamescom rumkommen und laufen. Also jedenfalls laut RTL. Und ja, jedenfalls werde ich dann immer so wie jetzt. Zehn vor sechs. Ich nehme jetzt noch kurzes Infovideo auf. Danach lade die Videos hoch und dann geht es ab. Für euch. Für mich nicht. Ich kenne es ja schon. Weiteres von Let's Play Rage. Part, jetzt muss ich schon mal selbst gucken. Part 20, das Tor. Ja, wurde weltweit gesperrt. War ein Fail. Ich war dann doch, ganz ehrlich gesagt, zu gierig. Und habe auf die Parts hier auch Werbung gestalten. Und jetzt kam, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. MediaX oder so. Keine Ahnung, wer das ist. Ist mir auch wurscht. Jedenfalls haben die hier Content drauf erhoben. Und dadurch, dass da Werbung drauf geschalten war, wurde dieses Video weltweit gesperrt. Jetzt nach drei Tagen. Ist ja schon drei Tage oben. Jetzt kamen sie dann angeschissen. Leider, während ich auf der Arbeit war. Weil mir hat es ein Arbeitskollege erzählt. Er schaut sich in der Mittagspause immer meine Videos an. Und er hat gesagt, Rage Part 20 geht nicht. Warum? Dann habe ich geguckt. Ja, wurde leider gesperrt. Ich werde es demnächst nochmal hochladen. Ich habe jetzt von den weiteren Parts Rage, die Monetarisierung nennt sich das Ganze, also die Werbung runtergenommen. Dass mir da nichts passiert. Und ja. Jedenfalls der Part momentan leider gesperrt. Wer ihn noch nicht gesehen hat, muss nur mal dann bis zum Wochenende warten. Ich packe es nicht vorher. Und dann kann ich den Part, lade ich dann nochmal hoch. Ja, also verzeiht mir das. Ansonsten geht es bald los. 8. November fängt es an. 8. November wird, oder 8. 9. November. Ich muss gucken, wie ich es zeitlich packe. Werdet mir in der Zeit nicht untreu. Sondern wartet diesen einen Tag. Ihr werdet es nicht bereuen. Denn da fängt ein Modern Warfare 3 LP an. Dadurch, dass ich, das ist quasi mein Battlefield 3 Ersatz. Dadurch, dass ich Battlefield 3 mir nicht holen werde. Wegen der ganzen Origin Sache. Weil mir die persönlich überhaupt nicht passt. Deswegen werde ich Modern Warfare 3 spielen. Für die, die es noch nicht wussten. Und es jetzt vielleicht wissen wollten. Da wird Modern Warfare 3 kommen. Am 8. November ist Release. Mal schauen, ob ich es an dem Tag packe. Ich kann ja gerade mal meinen schlauen Kalender aufrufen. Muss ich mal weiter drücken in den nächsten Monat. Der 8. November ist ein Dienstag. Muss ich mal gucken, wie das wirklich schenkt. Weil Dienstag habe ich ja immer noch UT 2004 Training. Dann am 11. Das trifft sich sehr gut. Freitag. Der Tag der Tage für mich dieses Jahr. Und zwar erscheint da Skyrim. Ich werde so durchsuchten dieses Wochenende hier. Das werdet ihr gar nicht glauben können. Ich werde da so Gas geben. Da werden einige Parts dann auf euch zurollen. Hier Skyrim. Und jetzt müsste ich lügen. 15. Ist es schon der 15. 16. Ich glaube der 15. ist es. 15.11. Batman Arkham City. Sehr geile Sache. Von daher sieht es dann so aus. Ich versuche bis zum 8. November Rage fertig zu bekommen. Zumindest vom Aufnehmen her. Also da kommen echt dann viele Videos. Vom Aufnehmen her. So. Am 11. Hört Oblivion auf. Fängt Skyrim an. Kein Problem. Das eine ersetzt das andere. Da kommt schon mal nicht mehr auf euch zu. Und am 15. Kommt dann noch Arkham City dazu. Da muss ich da mal schauen. Ich habe Fallout New Vegas extrem vorproduziert. Momentan. Immer im Urlaub. Also ich habe ja momentan. Ich kann gerade mal gucken. Weil ich das selbst nicht weiß. Wir sind momentan bei Part. Bei Part. Bei Part 40. Ich habe noch bis Part 64 auf meiner Platte. Alles 20 Minuten Parts. Also 24 Parts habe ich da noch quasi vorproduziert. Ich werde demnächst noch ein bisschen vorproduzieren. Dass es hiervon quasi genug gibt. Und ja. Da wird es dann eine Zeit geben. Wenn Modern Warfare 2 rauskommt. Wird es quasi Rage geben. Falls es bis dahin noch nicht fertig hochgeladen ist. Was ich nicht glaube. Ich glaube das Spiel geht noch eine Zeit lang. Also Rage wird es geben. Modern Warfare wird es geben. Zu dem Zeitpunkt noch Oblivion für drei Tage. Beziehungsweise aka Skyrim. Und Fallout. Und dann kommt ja auch noch Arkham City. Und ich hoffe. Dass bis dahin Rage zumindest fertig hochgeladen ist. Wenn nicht mache ich vielleicht ein bis zwei Parts. pro Tag. Also von Rage. Und dann wird Arkham City auch noch mit dazu kommen. Das werden dann vier Projekte. Oder? Ja. Aber Modern Warfare 3 wird ja kein 20 Stunden Spiel. Von daher Modern Warfare 3 wird an einem Wochenende aufgenommen. Das sollte kein Problem sein. Und dann lade ich die Parts einfach nur noch hoch täglich. Aber da kriegt ihr wirklich viel auf die Augen. Also das sind vier Videos pro Tag dann. Höchstwahrscheinlich. Kann natürlich auch mal sein, dass da mal Tag Pause dazwischen ist oder so. Wir werden sehen. Aber ich nehme ja mal nicht an, dass ihr euch für alle Projekte da interessieren werdet. Komm auf die Zeit gucken. Ach, noch unter 10 Minuten. Das ist ein sehr guter Schnitt für mich. Dann noch mal eine ganz kleine Erinnerung an euch. Und die Erinnerung kommt auch glaube ich noch mal in Rage Part 24. Da habe ich das am Ende ganz kurz angesprochen. Der müsste jetzt auch demnächst kommen. Freitag wird er hochgeladen. Rage Part 24. Oder? Naja, ich hasse mein Mausrad. Was momentan kaputt ist. Ja. 24 kommt am Freitag. Ich sage es euch jetzt trotzdem nochmal vorher. Und zwar ganz kurze Erinnerung. Kleine Bitte vielleicht auch. Ich mache ja sowas eigentlich nicht. Ich allerdings, ja, vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen. Ne, es soll wirklich noch eine kleine Erinnerung sein. Denkt doch bitte dran, wenn ihr Videos schaut. Es ist für euch, es kostet nichts. Das ist schon mal immer das Wichtigste. Es ist kostfrei. Und es ist nicht mal wirklich ein Aufwand. Ich weiß ja nicht, ob ihr auf meiner Seite guckt. Oder ob ihr auf der normalen YouTube Seite, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr hier auf so ein Video drauf klickt, guckt. Aber es ist auch völlig wurscht. Denn überall ist die Funktion gegeben. Benutzt doch einfach mal so ein Däumchen hier. Sagt doch einfach mal, hat euch der Part gefallen? Hat er euch nicht gefallen? Es ist nur ein Klick. Das ist nix. Ein Klick. Bam. Es dauert wirklich nicht lange oder sonst irgendwas. Ich verlange doch nicht zu viel. Beziehungsweise alle YouTuber. Weil das ist die, für mich persönlich, die einzigste Sache, wie ihr Let's Playern helfen könnt. Klickt einfach mal aufs Däumchen. Das bewirkt so viel, glaubt ihr gar nicht. Und meines Erachtens nach, einen Let's Player zu favorisieren oder so, absoluter Schwachsinn. Weil, ja, nee, bringt nix. Allerdings so ein Däumchen hoch oder so, das wäre wirklich super. Da würde ich mich drüber freuen. Wenn allerdings Däumchen runterkommt, denkt dran, bitte mal in die Kommentare schreiben, warum. Was hat euch an dem Part nicht gefallen? Ihr könnt natürlich auch schreiben, was euch gefallen hat. Ja, aber ihr versteht das. Aber das ist dann schon wieder, Kommentare schreiben, ist schon wieder zu viel verlangt. Ich bin auch einer, ich gucke viele YouTube-Videos und schreibe eigentlich nie Kommentare. Bin ich zu faul zu? Ja, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber ich benutze auch den mag ich oder mag ich nicht Button. Wenn mir was nicht gefällt, mag ich nicht. Wenn mir was gefällt, mag ich. Wenn mir was nicht gefällt, dann ist meistens die Zeit gekommen, wo ich dann auch wirklich einen Kommentar schreibe. Außer jetzt vielleicht bei irgendeinem, wo so ein Kommentar untergeht, weil er 100.000 Kommentare auf dem Video bekommt. Aber ja, ihr wisst, was ich weine. Genau. Und dann war es das von mir. Jetzt wirklich wieder, mir müsste es an den 10 Minuten sein. 12 Minuten schon fast. Naja, ihr kennt das ja von mir. Ganz, ganz kleine Info am Rande. Infovideo, ganz kleines Infovideo. Ich sage, wir hören uns am Freitag. Dann bin ich wieder at home. Ich leute jetzt noch ein paar Videos hoch. Nein, ich möchte den Rekord nicht stoppen. Ich wollte es doch eigentlich nur minimieren. Ja, tüsen mit Ösen.